Der Mensch im Zentrum dieser außergewöhnlichen Geschichte nannte sich John. John behauptete, ein Historiker aus dem Jahr 2085 zu sein, der auf einer geheimen Mission ins 21. Jahrhundert geschickt wurde. Sein Ziel, so erklärte er, sei es nicht, die Vergangenheit zu verändern, sondern sie zu beobachten und aufzuzeichnen, um aus erster Hand Berichte über eine entscheidende Epoche zu sammeln, die in seiner Zeit von Mythen und Fehlinformationen verschleiert worden war. Er behauptete, für diese Mission sorgfältig ausgebildet worden zu sein und über fortschrittliche Technologie zu verfügen, die es ihm ermöglichte, die Grenzen der Zeit zu überwinden. Johns Beschreibungen der Zukunft waren ebenso verlockend wie erschreckend. Er sprach von gewaltigen Megastätten, die den Himmel berührten, angetrieben von unvorstellbaren Energiequellen. Er beschrieb eine Welt, in der Krankheiten ausgerottet und die menschliche Lebenserwartung weit über ihre natürlichen Grenzen hinaus verlängert wurde, aber nicht ohne einen Preis. Überbevölkerung und Umweltzerstörung hatten den Planeten verwüstet und riesige Gebiete unbewohnbar gemacht. Er deutete eine Weltregierung an, eine wohlwollende Diktatur, die inmitten des Chaos für Ordnung sorgte. Aber er sprach auch von einer tief sitzenden Sehnsucht nach der Vergangenheit, einer Nostalgie nach einer einfacheren Zeit, in der die Menschheit nicht so sehr mit ihrem eigenen Erfindungsreichtum belastet war. Eine von Johns verblüffendsten Enthüllungen betraf einen längst vergessenen Krieg, einen Konflikt, der so verheerend war, dass er aus den Geschichtsbüchern gelöscht wurde. Er behauptete, dieser Krieg habe sich im frühen 22. Jahrhundert abgespielt, ausgelöst durch eine Ressourcenkrise von beispiellosem Ausmaß. Nationen hatten sich um schwindende Wasservorräte, Ackerland und die Rohstoffe gestritten, die sie zur Versorgung ihrer stetig wachsenden Bevölkerung benötigten. John beschrieb schreckliche Massenvernichtungswaffen, viel stärker als alles, was im 21. Jahrhundert bekannt war. Er sprach von Städten, die zu radioaktivem Schutt reduziert wurden, von Millionen, die im Handumdrehen umkamen. Er behauptete, dieser Krieg habe die geopolitische Landschaft neu geformt, was zum Aufstieg der ihm bekannten Weltregierung führte. Wenn man ihn nach Details zu seiner Zeitmaschine fragte, blieb John frustrierend vage. Er sprach von einem Gerät, das die Macht der Quantenverschränkung nutzte und eine Brücke zwischen verschiedenen Punkten in der Raumzeit schlug. Er beschrieb ein Gefühl des Zusammengepresstwerdens, des Falten der Zeit in sich selbst, bevor er in die Vergangenheit geschleudert wurde. Er behauptete, die Technologie würde streng bewacht und ihre Geheimnisse seien nur wenigen Auserwählten bekannt. Er weigerte sich, ihren Standort oder ihre Funktionsweise preiszugeben und verwies auf die Gefahr von Paradoxien und die katastrophalen Folgen einer Manipulation der Zeitlinie. Obwohl er behauptete, nur ein Beobachter zu sein, verrieten Johns Worte oft eine tiefe Melancholie, eine Abgeschlagenheit, die auf die Last des Wissens hindeutete, die er trug. Er sprach nicht mit dem staunenden Blick eines Touristen über die Zukunft, sondern mit der düsteren Nachdenklichkeit eines Menschen, der sowohl ihre Triumphe als auch ihre Tragödien miterlebt hatte. Oft beklagte er die Fehler der Vergangenheit, die Kurzsichtigkeit und Gier, die die Menschheit auf einen gefährlichen Weg geführt hatten. Er forderte seine Online-Zuschauer auf, aus der Geschichte zu lernen, die Gegenwart zu schätzen und sich für eine Zukunft einzusetzen, in der die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. So fesselnd Johns Geschichte auch war, so blieben doch Zweifel, selbst bei seinen treuesten Anhängern. Seine Weigerung, konkrete Beweise für seine Herkunft zu liefern, seine vagen Beschreibungen der Technologie, die er angeblich besaß, und die schiere Unwahrscheinlichkeit seiner Behauptungen, all das gab Anlass zur Skepsis. Einige stellten seine Motive in Frage und fragten sich, ob er nicht bloß ein begabter Erzähler sei, der aus Langeweile oder für Aufmerksamkeit einen ausgeklügelten Schwindel erfand. Andere spekulierten, er könnte an einer Art Wahnvorstellung leiden und sein Verstand erschaffe eine fantastische Realität, um einem unbekannten Trauma zu entkommen. So faszinierend Johns Geschichte auch war, sie blieb weitgehend unbelegt, bis er eine verblüffende Vorhersage machte. Er behauptete, dass sich an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit ein seltsames Ereignis auf einem belebten Platz in London abspielen würde. Eine antike Uhr, so behauptete er, würde unerklärlicherweise stehen bleiben, nur um Augenblicke später wieder anzufangen, wobei sich ihre Zeiger für ein paar Sekunden rückwärts drehen würden, bevor sie ihren normalen Lauf wieder aufnehmen. Er nannte den genauen Standort des Uhrenturms das Datum und die Uhrzeit auf die Sekunde genau. Skeptiker spotteten und taten es als verzweifelten Versuch ab, seiner haarsträubenden Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen. Diejenigen, die ihm Glauben schenkten, sahen darin jedoch einen Test, eine Chance, Johns Behauptungen ein für allemal zu beweisen oder zu widerlegen. Als der angekündigte Tag kam, lag eine Spannung in der Luft, die man förmlich spüren konnte, besonders in der Online-Community, die sich um Johns Geschichte gebildet hatte. Einige Mitglieder, bewaffnet mit Kameras und Smartphones, versammelten sich auf dem besagten Platz in London, ihre Blicke fest auf das alte Zifferblatt gerichtet. Andere, über den ganzen Globus verstreut, warteten gespannt auf Neuigkeiten und aktualisierten im Sekundentakt ihre Browser. Und dann, genau in dem Moment, den John vorhergesagt hatte, geschah das Undenkbare. Das rhythmische Ticken der Uhr verstummte. Für eine gefühlte Ewigkeit, die wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Sekunden dauerte, blieben die Zeiger wie erstarrt stehen, als hätte die Zeit selbst angehalten, um Luft zu holen. Dann, mit einem Ruck und einem Ächzen, erwachte die Uhr wieder zum Leben. Für einen kurzen, verwirrenden Moment wirbelten ihre Zeiger rückwärts, bevor sie ihren normalen Lauf wieder aufnahmen. Das Ereignis, festgehalten von zahlreichen Smartphones und Überwachungskameras, jagte Schockwellen durch die Online-Welt. Skeptiker bemühten sich um Erklärungen und vermuteten aufwendige Falschmeldungen oder technische Störungen. Aber für viele war es die Bestätigung, die sie gesucht hatten, ein Beweis dafür, dass Johns Behauptungen mehr waren, als nur das Geschwätz eines Wahnsinnigen. Ein besonderes Video, aufgenommen von einem Touristen, der zufällig auf die Versammlung gestoßen war, trug noch zu dem Rätsel bei und hielt etwas wirklich Bizarres fest. Im Hintergrund konnte man einen Mann sehen, der scheinbar nichts von dem Trubel um ihn herum mitbekam und über den Platz ging. Als sich die Uhrzeiger umkehrten, geriet er ins Straucheln. Sein Körper verschwamm für den Bruchteil einer Sekunde, bevor er vollständig verschwand, als wäre er aus der Existenz gelöscht worden. Der Vorfall mit dem verschwundenen Mann löste heftige Debatten und Spekulationen aus. Experten für Videoanalyse und digitale Forensik wurden hinzugezogen, um das Filmmaterial zu untersuchen und nach Anzeichen von Manipulation oder Fälschung zu suchen. Die Polizei leitete eine Untersuchung in Bezug auf den vermissten Mann ein, aber ihre Ermittlungen führten in eine Sackgasse. Keine Vermisstenanzeige entsprach seiner Beschreibung und niemand meldete sich, der seine Identität kannte. Er war ein Phantom, ein Glitch in der Matrix, seine Existenz scheinbar aus dem Gewebe der Realität gelöscht. Einige spekulierten, dass er John selbst war, ertappt beim Zeitsprung. Andere fragten sich, ob er ein unschuldiger Zuschauer war, gefangen im Kreuzfeuer von Kräften, die jenseits menschlichen Verständnisses liegen. Nach dem Vorfall in London wurde Johns Online-Aktivität sprunghaft. Er verschwand für Tage, sogar Wochen am Stück, nur um dann mit kryptischen Nachrichten oder verlockenden Hinweisen auf zukünftige Ereignisse wieder aufzutauchen. Seine einst detaillierten Berichte über die Zukunft wurden vager, verhüllt in Mehrdeutigkeit und verschleierten Warnungen. Er sprach von unvorhergesehenen Konsequenzen, von Wellen in der Zeitlinie, von den Gefahren, sich in die Vergangenheit einzumischen. Einige befürchteten, dass er kompromittiert worden war, seine Mission von unbekannten Kräften sabotiert. Andere fürchteten, er habe zu viel gesehen, dass die Last der Zukunft zu schwer zu tragen sei. Dann, so plötzlich er aufgetaucht war, verschwand John. Seine Online-Accounts verstummten, seine Nachrichten blieben aus. Der Mann, der behauptete, die Schlüssel zur Zukunft zu besitzen, war zu einem Geist geworden, einem Flüstern im digitalen Wind. Einige glauben, er sei in seine eigene Zeit zurückgekehrt, seine Mission erfüllt oder vielleicht aufgegeben. Andere spekulieren, dass er ein frühes Ende fand, zum Schweigen gebracht von jenen, die die Geheimnisse der Zeitreisen verborgen halten wollen. Was auch immer sein Schicksal war, Johns Geschichte fesselt und verblüfft weiterhin. Eine Gänsehaut erzeugende Erinnerung daran, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft untrennbar miteinander verbunden sind und dass manche Türen besser verschlossen bleiben sollten. Johns Verschwinden trug wenig dazu bei, die Kontroverse um seine Behauptungen zu beschwichtigen. Wenn überhaupt, verstärkte es die Debatte und rückte sie weiter ins öffentliche Bewusstsein. Skeptiker, ermutigt durch Johns Schweigen, kamen aus ihren Löchern gekrochen, begierig darauf, seine Geschichte zu widerlegen und als den aufwendigen Schwindel zu entlarven, für den sie ihn hielten. Sie wiesen auf den Mangel an überprüfbaren Beweisen hin, die Ungereimtheiten in Johns Berichten und die schiere Unwahrscheinlichkeit von Zeitreisen an sich. Sie argumentierten, der Vorfall in London sei nichts weiter als eine sorgfältig inszenierte Illusion, ein Zaubertrick, um die Leichtgläubigen hinters Licht zu führen. Sie zerlegten das Filmmaterial des verschwindenden Mannes Bild für Bild, wobei sie auf potenzielle Bearbeitungstechniken und visuelle Anomalien hinwiesen. Die Beweislast, so argumentierten sie, liege eindeutig auf den Schultern derer, die Johns Geschichte glaubten. Wo waren die greifbaren Artefakte, die unwiderlegbaren Beweise, die einer Überprüfung standhalten konnten? Wo waren die Baupläne für seine Zeitmaschine, die wissenschaftlichen Daten, die seine Behauptungen untermauerten? Sie forderten außergewöhnliche Beweise für außergewöhnliche Behauptungen, eine berechtigte Forderung angesichts einer solch außergewöhnlichen Geschichte. Die Online-Community, die sich einst um John gescharrt hatte, zerbrach in verfeindete Lager. Anschuldigungen flogen hin und her. Die Gemüter erhitzten sich. Freundschaften lösten sich auf. Das Wesen von Wahrheit und Glaube wurde infrage gestellt. Reichte es aus, etwas zu glauben, nur weil es sich wahr anfühlte, oder bedurfte es konkreter, unwiderlegbarer Beweise? Trotz aller Bemühungen der Skeptiker ließ sich Johns Geschichte nicht so leicht vom Tisch wischen. Zu viele lose Fäden blieben zurück, zu viele unbeantwortete Fragen schwirrten in der Luft. Der Vorfall in London, so sehr man ihn auch zu erklären versuchte, gab Experten weiterhin Rätsel auf. Der Vermisste blieb verschwunden, seine Existenz eine unerklärliche Anomalie. Und dann waren da noch die Gerüchte, das Flüstern von anderen, die behaupteten, John oder jemanden wie ihn in anderen Zeiten und an anderen Orten getroffen zu haben. Eine Historikerin in Paris schwor Stein und Bein, sie habe in den Archiven einen Mann getroffen, auf den Johns Beschreibung passte. Er recherchierte ein wenig bekanntes Ereignis, das John in seinen Online-Posts erwähnt hatte. Ein Park Ranger im Nordwesten Amerikas berichtete von einem seltsamen, schimmernden Licht im Wald, begleitet von einem leisen Summen. Eine Beschreibung, die an Johns Schilderungen seiner Zeitmaschine erinnerte. Die Debatte um Johans Geschichte drehte sich weniger darum, die Existenz von Zeitreisen zu beweisen oder zu widerlegen, sondern vielmehr um die Natur des Glaubens selbst. Was galt als Beweis? Wie viel Gewicht sollte man Augenzeugen berichten, Bauchgefühl, dem nagenden Gefühl beimessen, dass etwas grundlegend nicht stimmte? War es möglich, fragten sich einige, dass der menschliche Verstand nicht dafür geschaffen war, die Komplexität von Zeitreisen zu begreifen, dass unsere lineare Wahrnehmung der Realität uns für die Möglichkeit anderer Dimensionen blind machte, anderer Zeitlinien, die neben unserer eigenen existieren? Vielleicht, so sinnierten sie, war schon der Versuch, Beweise zu finden, Johans Geschichte in unser begrenztes Verständnis des Universums zu zwängen, zwecklos. Vielleicht war die Wahrheit ja, wie man so schön sagt, seltsamer als die Fiktion. Johns Geschichte, unabhängig von ihrer Wahrheit, sprach eine tief verwurzelte Sehnsucht im Menschen an. Die Sehnsucht nach dem Unbekannten, den Reiz des Unmöglichen. Sie bot einen Hoffnungsschimmer, dass wir vielleicht nicht an die Fesseln der Zeit gebunden sind, dass die Vergangenheit nicht unveränderlich und die Zukunft noch nicht geschrieben ist. Sie löste Gespräche über unseren Platz im Großen Ganzen aus, über die Entscheidungen, die wir treffen und die Konsequenzen, die sie durch die Zeit ziehen. Sie zwang uns, uns mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass unser Verständnis des Universums erschreckend unvollständig ist, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als sich unsere Philosophien erträumen lassen. Letztendlich wurde Johns Geschichte zu einem wahren Rohrschachtest, einer leeren Leinwand, auf die die Menschen ihre eigenen Überzeugungen, Ängste und Sehnsüchte projizierten. Diejenigen, die ihm Glauben schenkten, klammerten sich an die Hoffnung, dass er die Wahrheit sagte, dass Zeitreisen nicht nur etwas aus der Welt der Science Fiction sind. Skeptiker blieben unüberzeugt und taten es als cleveren Schwindel oder gemeinsame Täuschung ab. Aber unabhängig davon, wo man im Spektrum des Glaubens stand, hinterließ Johns Geschichte unbestreitbar ihre Spuren in der Welt. Sie löste sowohl in der Populärkultur als auch in wissenschaftlichen Kreisen ein erneutes Interesse an Zeitreisen aus. Sie zwang uns, uns mit den Grenzen unseres Wissens und der Weite des Unbekannten auseinanderzusetzen. Und sie erinnerte uns daran, dass manchmal die fesselndsten Geschichten diejenigen sind, die uns mit mehr Fragen als Antworten zurücklassen. Johns Geschichte wie ein Stein, der in die stillen Wasser eines Teiches geworfen wird, sorgte für Wellen, die sich weit über die Grenzen der Online-Welt, aus der sie stammte, ausbreiteten. Die Auswirkungen seiner Behauptungen, ob nun wahr oder erfunden, waren unbestreitbar. Schon der Gedanke an einen Zeitreisenden, der unter uns wandelt, der unsere Welt mit wissenden Blicken beobachtet, fesselte die kollektive Vorstellungskraft. Die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwammen, während die Menschen mit den Auswirkungen von Johns Geschichte rangen. Gespräche über Zeitreisen, die einst in die Sphären von Science-Fiction-Treffen und Mitternachtsradiosendungen verbannt waren, wurden alltäglich. Das Internet summte vor Theorien, Spekulationen und hitzigen Debatten. Die Medien, immer hungrig nach einer fesselnden Geschichte, stürzten sich mit einer Mischung aus Sensationslust und vorsichtiger Neugier auf Johns Geschichte. Nachrichtensender strahlten Beiträge aus, die sich mit der Wissenschaft der Zeitreise beschäftigten und interviewten Physiker und Zukunftsforscher über die Plausibilität von Johns Behauptungen. Dokumentationen beleuchteten die Geschichte der Zeitreisetheorien von H.G. Wells bis hin zu den neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik. Die Verlagsbranche reagierte mit einer Flut von Büchern, die sich mit dem Thema Zeitreisen auseinandersetzten, von fiktiven Erzählungen, die von Johns Geschichte inspiriert waren, bis hin zu ernsthaften wissenschaftlichen Abhandlungen über die Natur der Zeit selbst. Die Grenzen zwischen Fakt, Fiktion und Spekulation verschwammen zunehmend, als der öffentliche Hunger nach allem, was mit Zeitreisen zu tun hatte, einem wahren Fieber gleich kam. Die vielleicht unerwartetste Folge von Johns Geschichte war das Auftauchen einer neuen Generation von selbsternannten Zeitreisenden. Ermutigt durch Johns Beispiel oder vielleicht auf der Suche nach ihrem eigenen Platz im Rampenlicht, meldeten sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten mit ihren eigenen Geschichten über Zeitverschiebungen. Da war die Frau, die behauptete, eine Dame der Gesellschaft aus dem 19. Jahrhundert zu sein, die durch einen ungewöhnlichen Blitzeinschlag ins 21. Jahrhundert versetzt wurde. Der Mann, der darauf bestand, in den römischen Legionen gekämpft zu haben, nur um sich dann unerklärlicherweise in der modernen Welt wiederzufinden. Der Teenager, der schwor, er habe eine vom Klimawandel zerstörte Zukunft besucht und sei mit einer düsteren Warnung für die Menschheit zurückgeschickt worden. Johns Geschichte hielt Einzug in die Popkultur mit überraschender Geschwindigkeit und durchdringender Präsenz. Fernsehsendungen und Filme integrierten Zeitreiseelemente in ihre Handlungen, oft mit einer Anspielung auf den mysteriösen John und seine rätselhaften Behauptungen. Videospiele ermöglichten es den Spielern, virtuelle Welten zu erkunden, in denen Zeitreisen nicht nur möglich, sondern alltäglich waren. Der John-Effekt, wie er genannt wurde, durchdrang Musik, Kunst und Mode. Musiker schrieben Lieder über die Verlockung und die Gefahren von Zeitreisen. Künstler schufen Installationen, die die Flüchtigkeit der Zeit und die Subjektivität der Wahrnehmung erforschten. Modedesigner ließen sich von vergangenen Epochen inspirieren und spiegelten damit eine neu gewonnene Faszination für die Vergangenheit und ihren potenziellen Einfluss auf die Zukunft wieder. Johns Geschichte, unabhängig von ihrer Echtheit, hinterließ unauslöschliche Spuren in der Welt. Sie zwang uns, uns mit den Grenzen unseres Wissens und der Weite des Unbekannten auseinanderzusetzen. Sie stellte unser Verständnis von Zeit, Realität und der Natur der Existenz selbst in Frage und sie hinterließ bei uns ein tiefes Gefühl des Staunens, vermischt mit einem Hauch von Unbehagen. War John ein echter Zeitreisender, ein Besucher aus einer Zukunft, die noch nicht geschrieben wurde? Oder war er ein meisterhafter Geschichtenerzähler, ein Weber komplexer Erzählungen, die unsere tiefsten Ängste und Sehnsüchte ansprachen? Die Antwort blieb, wie der Mann selbst, schwer fassbar, verloren in den labyrinthartigen Korridoren der Zeit. Die anhaltende Faszination für Johns Geschichte spricht jedoch für etwas Tieferes in der menschlichen Psyche. Sie spiegelt unsere angeborene Neugier wieder, unseren Wunsch, die Grenzen des Wissens zu erweitern und die unerforschten Gebiete des Universums zu erkunden. Sie erinnert uns daran, dass die Welt voller Geheimnisse ist und dass einige Fragen vielleicht niemals endgültige Antworten haben werden. Und so lebt die Legende von John, dem Zeitreisenden weiter. Eine mahnende Geschichte, eine Quelle der Inspiration und eine Erinnerung daran, dass die Grenzen der Realität viel fließender und durchlässiger sind, als wir vielleicht denken. Die Geschichte von John, dem angeblichen Zeitreisenden, bleibt ein Enigma, eine Puzzlebox mit fehlenden Teilen. Bot er einen Blick in eine Zukunft, die darauf wartet, geboren zu werden, oder waren seine Worte nur ein Teppich aus Fantasie und Sehnsucht? Das Fehlen eines eindeutigen Beweises hält uns in einem Zustand fortwährenden Staunens gefangen. Uns bleibt die verlockende Möglichkeit seiner Behauptungen, die Implikationen einer Zukunft, die von sowohl alltäglichen als auch außergewöhnlichen Ereignissen geprägt ist. Der Vorfall in London, der verschwindende Mann, die kryptischen Warnungen, diese Fragmente von Johns Geschichte geistern weiterhin durch die digitale Landschaft und weigern sich, ordentlich kategorisiert oder abgetan zu werden. Vielleicht liegt das wahre Vermächtnis von Johns Geschichte nicht in den Antworten, die sie liefert, sondern in den Fragen, die sie aufwirft. Sie zwingt uns, uns mit den Grenzen unseres Verständnisses auseinander zu setzen, die Weite des Universums und die unendlichen Möglichkeiten anzuerkennen, die jenseits unserer gegenwärtigen Vorstellungskraft liegen. Könnte die Zeit, wie wir sie wahrnehmen, eine Illusion sein, ein Konstrukt unserer begrenzten menschlichen Perspektive? Könnte es andere Dimensionen, andere Zeitlinien geben, die neben unserer eigenen existieren, getrennt durch Barrieren, die wir noch nicht wahrnehmen, geschweige denn durchbrechen können? Dies sind Fragen, die Philosophen und Wissenschaftler seit Jahrhunderten beschäftigen und Johns Geschichte, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt hat der Debatte neues Leben eingehaucht. Die Faszination der Zeitreise spricht im Kern ein fundamentales menschliches Bedürfnis an, die Vergangenheit wieder aufzusuchen, unsere Entscheidungen zu ändern, einen Blick auf den Teppich dessen zu erhaschen, was hätte sein können. Sie spiegelt unsere Sehnsucht nach Kontrolle über den unaufhaltsamen Marsch der Zeit wieder. Eine Sehnsucht, die eingewoben ist in den Stoff unserer Mythen, unserer Geschichten und unserer Träume. Johns Geschichte erinnert uns daran, dass die Zeit, obwohl sie ein unaufhaltsamer Strom ist, auch ein Strom von Geschichten ist, jedes Leben ein Nebenfluss, der in seinen Lauf mündet. Unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen, unsere individuellen Reisen durch die Zeit, sie sind die Fäden, die den reichen menschlichen Existenz weben. Die Geschichte von John, dem Zeitreisenden, mag für immer ein Rätsel bleiben, ein verlockendes Geheimnis, das sich einer einfachen Erklärung entzieht. Aber vielleicht liegt genau darin ihre wahre Kraft, in ihrer Fähigkeit, unsere Fantasie zu beflügeln, unsere Wahrnehmung herauszufordern und uns daran zu erinnern, dass das Universum viel seltsamer und wundersamer ist, als wir es uns vorstellen können. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als zu den Sternen aufzublicken, über die Geheimnisse von Zeit und Raum nachzudenken und uns zu fragen, ob sich irgendwo da draußen in den Weiten des Kosmos Johns Geschichte abspielt, ein Beweis für die unaufhaltsame Kraft der menschlichen Neugier und die endlosen Möglichkeiten, die jenseits des Horizonts unseres Verständnisses liegen. Haftungsausschluss Als Amazon Partner und Affiliate verdiene ich an qualifizierten Käufen ohne zusätzliche Kosten für dich. Möchtest du auch solche Videos machen? Verwandle Text in Sekundenschnelle in atemberaubende Videos. Hol dir kostenlos KI und entfessle dein kreatives Potenzial. Du kannst sogar noch bessere Videos machen als ich. Du brauchst keinen Editor. Schau dir den Link in der Videobeschreibung unten an. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise zum Thema Zeitreisen begleitet habt. Bitte liked, kommentiert, entteilt das Video und vergesst nicht, den Kanal für weitere Videos zu abonnieren.